Hallo ihr Lieben, ich freue mich am 4. Mai mit dabei zu sein bei der Space Party Crew in Münchholzhausen. Zusammen mit Birgit Fischer, Nathalie Geisenberger, Nicole Uphoff, Gunnar Nehmann-Stirnemann und Jens Weißflog. Alle Erlöse kommen einem guten Zweck zugute und wir freuen uns natürlich dann sehr, wenn ihr alle zahlreich vorbeikommt. Karten gibt es unter info at spacepartycrew.de. Bis bald, tschüss!